Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen! Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Sie, Lieutenant Weinberg? Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie weinen um Santiago und Sie verfluchen die Marines. Sie genießen den Luxus. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Dass Santiago's Tod zwar tragisch ist, aber wahrscheinlich Leben gerettet hat. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet! Sie wollen das nicht wahrhaben, denn tief in Ihrem Inneren, aber das sagen Sie nicht auf Partys. Wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe? Sie brauchen mich an dieser Mauer!